Film 222 Das Gespenst von Canterville aus 1995 Wenn's einer Holdenmaid gelingt, dass sie Sünderlippen zum Beten bringt, Wenn ein Kinderauge keine Tränen mehr vergießt Und der dürre Mandelbaum neu sprießt, Wenn die stumme Glocke heller tönt, dann sind alle ausgesöhnt. Dann wird's im ganzen Hause still und Friede kehrt ein auf Canterville. Musik 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 Tja Leute, jetzt nach dem Sommer geht's bei euch wieder mit der Schule los. Und ich rolle durchs verregnete England mit meiner Mutter und meinen Brüdern in irgendein Nest, von dem noch keiner was gehört hat. Mein Dad ist schon früher rübergegangen und hat an der Uni mit seinem Forschungsprojekt angefangen. Meine Mom sagt, dieser Auftrag ist eine ganz große Sache und jeder Physiker würde sich die Finger danach lecken. Aber warum muss er die ganze Familie mitschleppen? Ginny, mach nicht so ein Gesicht. Weißt du, ein neues Land und eine neue Umgebung erweitern den Horizont. Wenn ich vorher nicht umkomme vor Langeweile. Nächste Station, Canterville. Canterville. Washington, aufwachen! Wir sind da! Musik Musik Ich hab Dad schon gesehen! Hi Dad! Hi! Daddy! Da seid ihr ja endlich, na also! Willkommen in England. Kein Begrüßungswetter heute, aber das wechselt schnell. Lasst euch nicht abschrecken. Hi Ginny! Na Jungs, wie war die Reise? Der Flug war vielleicht ein Horror. Washington hat die ganze Papiertüte vollgekotzt und mir noch... Naja, ist ja gut, Adam. Und wie war London? Wir waren bei Madame Tussaud. Irre, diese Horrorabteilung. Mit Jack the Ripper und solchen Typen. Im Theater waren wir auch, Hamlet. So, und das ist Mr. Omni. Mr. und Mrs. Omni werden für uns sorgen. Meine Familie, meine Frau Lucille, meine Freundin Virginia, guten Tag, und meine Söhne, Washington und Anne. Hi! Hi! Ihr beide helft hier mit den Koffern. Bloß noch, wir haben hier Personal. Du wirst noch Augen machen. Komm jetzt. Ginny, du wirst begeistert sein. Ach ja? Ich kann's kaum erwarten. Ist der etwa für uns? Ginny! Hopp, hopp, Jungs. Hinten rein. Hopp, hopp, Jungs. Hinten rein. Morning. Morning. Really? Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das für ein Schloss? Ein echtes Schloss! Total irre! Oh nein! Also wirklich! Willkommen auf Canterville Hall. Für vier Monate unser Zuhause. Na, was sagst du, Genie? Ist uralt. Darf ich vorstellen, Mrs. Omni. Herzlich willkommen auf Canterville Hall, Sir. Madam. Danke. Ich kümmere mich um das Gepäck. Ein herzliches Willkommen auch der jungen Herren. Herren? Genie ist ne Herren? Und was sind wir? Ihr seid die jungen Herren. Herren, hast du das gehört? Dann fangen wir gleich an. Schon gut, es ist Omni. Jungs! Wartet! Wahnsinn! Ist ja tierisch! Echt? Genehmigt, ja? Washington, Adam, Schluss jetzt, Jungs! Ja! Bedienen euch! Kommt her! Wenn Sie nachher ausgepackt und sich ein wenig erfrischt haben, servieren wir Ihnen ein leichtes Abend. Das sind die Lords von Canterville Hall. Da, Lord Henry, der kommt morgen mit dem Mietvertrag zur Unterschrift. Sieh mal da! Vera, diese ganze Pracht und das Personal dazu. Können wir uns das leisten? Kriegen wir für ein Butterbrot. Die Adligenfamilien hier in England sind durch die Bank pleite und müssen vermieten. Dazu noch diese Geschichten. Geschichten? Was für Geschichten? Ach, ist nicht so wichtig. Ist da jemand drin? Was ist denn das? Gar nichts weiter. Das hat nichts zu bedeuten. Nur der Wind. In diesen alten Gemäuern halt es stark. Komm weit. Das war ein köstliches Mal, Mr. Omney. Wir haben es sehr genossen. Vielen Dank, Sir. Ich werde es Mrs. Omney ausrichten. Ginny, du hast fast gar nichts gegessen. Kann ich nicht, wegen der Kälte. Es gab noch keine Zentralheizung, als man das hier gebaut hat, nicht wahr? So ist es, Sir. Was machen die denn da oben? Ich gehe mal nachsehen. Lass sie doch toben. Gehst du schon ins Bett, Ginny? Ja, vielleicht wird mir da warm. Gute Nacht, mein Schatz. Nacht. Sie wird sich schon nach und nach eingeheben. Wir wollen es hoffen. Ja! 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 Ja, getroffen! Nein! Ja! Ja! Das war ein ganz gemeiner Trick von euch. Hätte schief gehen können. Ja! Mit diesen beiden Früchtchen werden wir noch was erleben. Nicht die Spur von Disziplin. Keine Sorge. Da stehen Sie nicht die ganze Nacht durch. Nein. Der alte Knabe fing gleich an zu stöhnen. Kaum, dass sie im Haus war. Er ist ausgeräumert. Er braucht seinen Auftritt. Wie lange ist es her seit den McKendrix? Fast zwei Jahre. Und die arme Frau ist ja heute immer noch in der Heilanstalt. Da kann man nur noch sagen, toi, toi, toi. Was war das? Die Omnis wahrscheinlich. Die schließen wohl unten ab. Tschüss. Tschüss. Na, stürmer. Was ist das? Ein Gespenst vielleicht? Nein. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wenn ihr es unbedingt so bald! Na, wie habt ihr denn die erste Nacht geschlafen? Ist vielleicht irgendwas, ja? Soll das heißen, ihr habt es nicht gehört? Ihr habt es also auch gehört? Es hat dann die Tür gehämmert! Ich dachte, das hat ihr beide. Ja, ich habe auch ein bisschen was gehört, aber ich dachte, die Omnis haben unten abgeschlossen. Haben sie noch, oder? Unten abgeschlossen? Ach so, ja, gewiss, schon möglich. Da hört ihr es. Hat alles seine Ordnung hier im Haus. Was haltet ihr davon, wenn wir alles mal auskundschaften? Eine richtige Schlossbesichtigung? Klar, richtig! Jimmy, auch wenn es dir jetzt vielleicht noch schwer fällt, du gewöhnst dich schon ein. Muss ich ja wohl. Die Bibliothek, das ist mein Lieblingszimmer. Wow! Mann, das sind ja irre viele Bücher! Und hier, ein altes Fernrohr! Mach es nicht kaputt, Vorsicht! Ein wundervolles Zimmer! Und seht mal hier, dieses Buch. Da steht die ganze Familiengeschichte der Kenterwilz drin. Wenn ich das den Jungs zu Hause erzähle! Oh, hier hat offenbar jemand was verschüttet. Sieht wie Blut aus. Ach, du spinnst ja. Oh, ii, widerlich! Ekelhaft! Vielleicht kriegen wir es irgendwie weg. Du weißt doch, in meiner kleinen Reisetasche... Alles klar, das Wundermittel! Ich hol's! Sei so gut. Lucy, also das ist nun wirklich nicht nötig. Für sowas haben wir Mrs. Omni. Du kennst mich doch. So, Omni. Guten Morgen, Milord. Sind Sie noch hier? Jawohl, Milord. Oh Gott, Lord Canterville! Die Jungs, die beiden Jungs bringen mich noch um den Verstand. Ich schwöre Sie. Lieber Mrs. Omni, wir müssen ein bisschen Nachsicht üben und die Dinge so nehmen, wie sie sind. Sonst noch Probleme? Bisher nicht. Nur so gewisse Geräusche, Milord. Na ja. Sie haben jedenfalls die erste Nacht durchgestanden. Nicht wahr? Darf ich melden, Sir? Lord Canterville. Also. Er ist weg. Oh Gott. Oh Gott. Dieser Fleck, Mrs. Otis, war das Blut von Lady Eleanor de Canterville. Sie starb genau an dieser Stelle im Jahre 1584. Seitdem ist dieser Fleck das große Wunder in unserer Gemeinde gewesen. Hat sich nicht wegwischen lassen. Alle Bemühungen waren vergeblich bis zum heutigen Tag. Wenn ich gewusst hätte, dass er was Besonderes war. Mrs. Omni. Müssen wir den Doktor rufen? Nein, es geht schon wieder. Oh, Mrs. Omni, es tut es uns. Aber Sie werden sehen. Das bedeutet Unheil. Mrs. Omni, wir glauben uns das. Das geht nicht gut aus. Wenn ich es Ihnen doch sage. Es ist nicht erfunden. Ich habe schon Dinge gesehen. Ich habe schon sehr merkwürdige Dinge erlebt in diesem Haus. Möge ein Schutzengel über Sie wachen. Das ist Henry, Lord Canterville. Lord Canterville, meine Familie. Meine Frau Lucille. Sehr erfreut. Meine Tochter Virginia. Oh, Virginia, hocherfreut. Und meine beiden Lause-Jungs, Washington und Ellen. Freut mich, freut mich. Wie ist das damals gewesen? Diese Lady Eleanor. Hat sie einer umgebracht? Das weiß kein Mensch. Ihr Ehemann, mein unglückseliger Vorfahre Simon de Canterville, ist nach ihrem Tod plötzlich auf rätselhafte Weise verschwunden. So blieb es auch. Niemals wurde seine Leiche gefunden. Das ist der Krimi. Seitdem geistert seine arme Seele ruhelos durch die Hallen. Dann war es doch ein Gespenst. Okay, Jungs, ist gut, es reicht. Ihr könnt draußen spielen. Sagt, Lord Canterville. Ich freue mich, ich fand wir. Wiedersehen. Wiedersehen. Lord Canterville. Bei allem Respekt, Sir. Die Gesetze der Physik sind nicht beliebig umkehrbar. Auch nicht für den britischen Art. Sie mögen dazu stehen, wie Sie wollen, Mr. Otis. Nur eins bedenken Sie bitte, ich habe Sie gewarnt. Ihr Vertrag. Vielen Dank. Hiram, bevor du unterschreibst, sollten wir vielleicht doch... Na sicher, wir betrachten uns als gewarnt. Und wir freuen uns, Ihren schönen Besitz bis Juni gemietet zu haben. Inklusive Gespenst. Nochmals vielen Dank. Ich danke Ihnen, Mr. Otis und Mrs. Otis. Und auch der reizenden Virginia. Jenny, verabschiede dich von Lord Canterville. Oh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kommen Sie doch mal zu mir zum Dinner. Würde mich freuen. Und fühlen Sie sich hier wie zu Hause. Sehr nett von Ihnen. Wiedersehen allerseits. Das hätten wir dann alles machen. So, Sie haben also die Prophezeiung entdeckt. Eine Prophezeiung? Was wird denn vorhergesagt? Das weiß ich nicht so ganz genau. Hat das mit dem Gespenst zu tun? Ich beschäftige mich mit solchen Dingen nicht so sehr. Nicht so wie Mrs. Omni. Ja, das Gewitter hört ja überhaupt nicht wieder auf. Ob er heute nochmal erscheint? Unsinn. Ich habe euch doch gesagt, es gibt keine Geister. Aber Lord Canterville hat doch... Das Universum funktioniert nach festen Regeln und Prinzipien. Zugegeben, wir haben sie noch nicht alle erforscht. In dem Zusammenhang nennen wir das, was wir nicht verstehen, übersinnlich. Aber irgendwann wird es für alles eine logische Erklärung geben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und bis dahin müsst ihr auf die Wissenschaft vertrauen und den Aberglauben vergessen. Wir haben es doch gehört. Ich weiß, dass einige von uns was gehört haben wollen. Und genauso gut weiß ich, dass es hier jemanden gibt, der schnellstens wieder nach Hause möchte. Lieber heute als morgen. Aber daraus wird nichts, damit das klar ist. Also iss bitte weiter und hör auf, deine Brüder verrückt zu machen. Es gibt keine Geister. Es gibt keine Geister. Wir kommen um ein bisschen zurückzuweisen. Wir kommen zue und dieser Power. Hallo, Leute. Ihr müsst mir helfen. Ich verschimmle hier in diesem alten Schuppen, den mein Vater gemietet hat. Es ist todlangweilig. Außer uns gibt es hier nur diese beiden komischen Alten, die uns bedienen. Und obendrein spukt es hier auch noch. Zuerst habe ich gedacht, meine Brüder wollen sich einen Spaß machen. Aber inzwischen glaube ich, dass hier wirklich was nicht stimmt. Mein Vater, der große Physiker, sagt natürlich, das ist alles bloß Humbug und ich spinne. Wie üblich. Washington, Adam! Hört endlich mit diesen Faxen auf! Das war's dann, Lord Gespenst! Lass sie in Ruhe, du Monster! Was ist denn hier los? Was treibt ihr hier, Jungs? Da, neben dir! Wo? Was denn? Das Gespenst! Hier ist niemand! Ist Ihnen was zugestoßen? Alles in Ordnung, Mrs. Omni. Ein dummer Jungstreich. Weiter nichts. Seien Sie mal nicht so sicher. Wir halten uns da wohl besser raus, Mrs. Omni. Komm, meine Gute, ab in die Haier. Ginny, ich wünsche nicht, dass du die Jungs noch mal mit diesem Unfug erschreckst. Du hast jetzt deinen Spaß gehabt. Aber was genug ist, ist genug. Aber er war wirklich da! Ich glaub euch ja gern, dass ihr was gesehen habt. Vermutlich war es ein Blitz oder auch nur eure Fantasie. Und eure Schwester hat ein bisschen nachgeholfen. Was soll das schon wieder? Virginia, ich weiß, dir passt es hier nicht. Daran kann ich nun mal nichts ändern. Tut mir leid. Aber das ist noch lange kein Grund, uns anderen das Leben hier zu vermiesen. So, und jetzt macht, dass ihr wieder ins Bett kommt und zwar schnell. Und morgen früh bringt ihr das Zeug wieder in die Küche zurück, wo ihr es hier habt. Hiram. Schluss jetzt. Komm. Tut uns leid, Ginny. Ehrlich. Wenn er es mir nicht glauben will, dann soll er es lassen. Vielleicht war es wirklich ein Blitz oder der Wind hat draußen was vorbeigewirbelt. Sowas wie eine optische Täuschung. Ja, wird wohl so sein. Lucy, komm! Das sieht morgen schon wieder anders aus. Gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Danke, ja. Ein Albtraum war das. Guten Morgen. Guten Morgen, Mette. Hoffentlich hat ihm der Regen ein bisschen geholfen. Noch gar keine Knospen. Ist schon immer so gewesen, seit, ähm, seit, seit ewigen Zeiten, solange man denken kann. Warum nehmen Sie ihn da nicht raus? Lord Canterville wünscht es so. Es darf nicht daran gerührt werden. Eigenartig. Mr. Omni, ich will in die Stadt fahren. Ich hole sofort den Wagen, Sir. Nein, ich fahr selbst. Oh, nein. Nein, 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 auf keinen Fall. Das macht mir überhaupt nichts aus. Schatz, bevor du fährst. Ich mach mir Sorgen um Ginny. Es ist doch möglich, dass sie gestern Abend wirklich was gesehen hat. Aber Lucy, sie macht doch bloß euch in Terror, weil sie nicht bei ihren Freunden sein kann. Es wäre das Verkehrteste, was wir tun könnten, wenn wir uns davon einschüchtern ließen. Das wäre wie eine Schraube ohne Ende. Sie würde sich sonst was einfallen lassen. Schon möglich. Aber diese rätselhaften Geräusche... Was für Geräusche? Das sind nur Ausgeburten der Fantasie. Lass dich da nicht mit reinziehen. Wie ich immer sage, es gibt für alles eine... Es gibt für alles eine rationale Erklärung. Ja, ich weiß. Gut. Block sie raus. Sie muss die Nachbarn kennenlernen, sich anfreunden. Dann vergisst sie das alles schnell. Schön wär's, ja. Guten Morgen, Miss. Hi, Mrs. Omney. Das ist Sir Simon, nicht? Ah, ja, ja. Ein Bild von einem Mann. Dieser Gesichtsausdruck. Was denkt er, was fühlt er? Ein bisschen finster sieht er aus. Ja. Aber da ist noch was anderes. Fällt mir jetzt auch auf, weil sie es sagen. Ein bisschen traurig sieht er vielleicht aus, oder? Und verlassen. Ja. Da haben Sie recht. Ah! Mom! Was habt ihr denn? Sieh mal hier. Ich hab's zuerst gesehen. Ach nein, das war doch so schön sauber. Vielleicht war das Gespenst wütend darüber, hat wieder einen umgebracht und das Blut dahin gegossen. Schätzchen, es gibt keine Gespenste. Aber warum ist der Fleck dann wieder da? Wir müssen eben nochmal mit unserem Mittel rangehen. Was ist es? Keine Ahnung, hol mal das Zeug her. Ja, Mom. Am besten, wir schließen das Zimmer einfach ab. Er kreuzt zum dritten Mal in dem Pub auf, mit dem dritten Fettschen und so abend. Hallo. Nachmittag. Hallo. Ich bin Hiram Otis. Meine Familie und ich, wir wohnen auf Canterville Hall. Oh Mann, oh Mann. Habt ihr das gehört? Könnten Sie mir wohl freundlicherweise sagen, wo ich die Post finde? Haben Sie schon gefunden, ich bin die Post. Oh, vielen Dank. Und die Polizei, wo finde ich die, falls ich sie brauche? Da sind Sie bei mir auch richtig. Ich bin der Constable für alle Fälle. Postdirektor, Constable, Mädchen für alles. Kann man hier auch telefonieren? Alles da. Wie sieht's mit deinem Arzt aus? Ich bin der Tierarzt, wenn Ihnen das was nützt. Besten Dank. Alles dicht beisammen, sehr günstig. Ich werde bestimmt bald wieder vorbeikommen. Da halte ich jede Wette. Der scheint ja ganz in Ordnung zu sein. Glaubt ihr, wie lange der es macht? Wir haben bisher schon länger ausgehalten als die meisten. Also, ich werde ein Fünfer, die sind nächste Woche wieder weg. Zehn dagegen. Ein Fünfer. Ich bin mit 20 dabei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Darf ich mal sehen? Von mir aus? Das finde ich richtig gut. Soll hier nur eine Skizze sein? Ich bin Francis Stilton. Guten Tag. Und ich bin Virginia Otis. Wir wohnen in Canterville Hall. Ja, ich weiß. So? Ja, ich habe euch gestern kommen sehen. Ich kann mich nicht erinnern. Ihr seid ja das große Thema. Die ganze Gegend spricht von euch. Was sagen die Leute denn? Sie spekulieren darüber, wie lange ihr wohl bleibt. Hier in England. Gemietet haben wir bis Juni. Wohnst du in der Nähe? Ja, ich bin euer Nachbar. Auf der anderen Seite vom Wald. Cheshire Chase. Und wie gefällt es dir hier? Ich weiß noch nicht so recht. Naja, du vermisst sicher deine Clique. Ja, das tue ich. Und vor allem deinen Freund natürlich. Ach so, würde ich es nicht ausdrücken. Ich habe gar keinen festen Freund. Das ist aber schade. Ich meine, ich wundere mich nur. Bei einem Mädchen wie dir kann ich mir das gar nicht vorstellen. Doch, es ist so. Wie findest du denn Canterville Hall? Oh. Na, sagen wir, es ist merkwürdig. Ich nehme an, du kennst das? Ja, früher war ich oft dort, als die Cantervilles noch da wohnten. Aber das ist ewig her. Und jetzt, ob sich wohl viel verändert hat? Wenn du möchtest, dann komm doch mal rüber und sieh es dir an. Aber ja, mit Begeisterung. Begeisterung. Warum nicht gleich heute? Gut. Sagen wir zum Dinner. Sieben Uhr? Hervorragend. Bis dann also. Alles klar. Alles klar. Dann bin ich herangegangen. Danke, Mr. O'Neill. Da bist du ja wieder. Da bin ich, ja. Wie war's? Ach, der Wirt im Pub macht alles außer Hebamme spielen. Danach hab ich aber nicht gefragt. Alles in Ordnung hier? Ja, Gott sei Dank. Die beiden Jungs toben rum und Ginny ist draußen und malt. Dann haben wir ja ein bisschen Zeit für uns. Das sollten wir außen lassen. Hey, ich hab einen Nachbarn kennengelernt und ihn für heute zum Dinner eingeladen. Aber ja. Na großartig. Ich sag Mrs. Omni Bescheid. Danke. Na siehst du, was hab ich dir gesagt? Hör mal, dieser Fleck auf dem Fußboden ist schon wieder da. Ach. Ja, und er hat ein bisschen nach Ölfarbe gerochen. Ich hab ihn gleich wieder weggemacht. Man sollte den Raum vielleicht abschließen. Nur für alle Fälle. Gute Idee. Gute Idee. Wenn's einer Holdenmaid gelingt, dass sie Sünderlippen zum Beten bringt. Wenn ein Kinderauge keine Tränen mehr vergießt und der dürre Mandelbaum neu sprießt. Wenn die stumme Glocke hell ertönt, dann sind alle ausgesöhnt. Dann wird's im ganzen Hause still und Friede kehrt ein auf Canterville. Die selben Worte. Wenn's einer Holdenmaid gelingt, dass sie Sünderlippen zum Beten bringt. Wenn ein Kinderauge keine Tränen mehr vergießt und der dürre Mandelbaum neu sprießt. Wenn die stumme Glocke hell ertönt, dann sind alle ausgesöhnt. Dann wird's im ganzen Hause still und Friede kehrt ein auf Canterville. Dann wird's im ganzen Haus. Ich weiß es nicht sagen. Euer ganz gut gibt Hindernissen raus. Ewig nicht gut. Ich wechsle es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ach, Gabriel, sind alle zu Bett gegangen. Sehr gut. Noch bevor der neue Tag heraufdämmert, werden wir sie los sein, diese Amerikaner. Ich, ich wurde von zwei ungezogenen, wilden Knaben bedrängt. Ein kleines, dummes Mädchen hat mir nachspioniert, Schmach und Entwürdigung ohne Ende. Ihre Eltern nehmen mich nicht zur Kenntnis heute Nacht, aber soll diese Familie mich kennenlernen. Zuerst nehme ich mir die Eltern vor. Der Frau werde ich meine Klammerhand auf die Stirn legen, während ich ihm alle Schrecken und Gräuel dieses verfluchten Hauses ins Ohr flüstere. Dann sind die beiden Knaben dran. Ich werde sabbern und dann werde ich mich selbst dreimal in den Hals stechen. Danach das Mädchen. Auch mit ihr werde ich entsetzliche Dinge tun. Ich weiß jetzt noch nicht was, aber es soll ihr das Blut in den Adern gefrieren. Mitternacht die Glocke ruft. Gabriel, vergiss den Sturm nicht. Blaswind bläh die Wangen. Ich danke dir, mein treuer Freund. Und nun ans Werk. Wenn es glückt, ein großer Auftritt. Ich bitte tausend, warum Verzerrung? Äh, bitte, wir schreiten voran. Ein Gespenst. Noch ein zweites. Und was für ein gewaltiges, das vor mir auftauchte, wie ein Koloss in seiner Rechten, ein riesiges äthiopisches Schwert. Mit feurigen Augen, denen entströmte ein dämonisches Licht. Gabriel, was hältst du von dieser Erscheinung? Auf mich hat sie furchterregend gewirkt. Wenn ich es mir recht überlege, dann könnte es, könnte es für uns vielleicht von großem Vorteil sein. Wenn wir, wenn wir es als Mitstreiter gewinnen könnten gegen diese Amerikaner, als Geist, ein Geist wie wir, fühlt er sich vielleicht verbunden. Blut ist dicker als Wasser. Das heißt, das trifft es eigentlich nicht ganz in unserem Fall. Jedoch ich werde, ich werde appellieren an seine Ehre als Geist. Es ist noch Zeit, bis Sonnenaufgang. Gruß und Verehrung, Sir Geist. Ja. Ich entbiete euch ein herzliches Willkommen auf Canterville Hall. Ich bin Sir Simon de Canterville. Dies hier ist meine Wohnstadt. Aber lassen wir das höfliche Geplauder beiseite. Würde es euch wohl genehm sein, mit mir eine Allianz einzugehen, von Geist zu Geist? Das Otis-Geschpenst. Das Einzige und Wahre. Vor Nachahmungen wird gewarnt. Verspottet, verhöhnt, zu den Narren gehalten. Ich schwöre bei den Knochen meiner Vorfahren, wenn der Hahn zweimal gekräht hat im Morgengrauen, soll rotes Blut über eure Köpfe fließen. Ja, Krähe, Krähe und rufe Verdammnis. Mord und Tod sollen umgehen. Krähe noch einmal und ruf die Verdammnis. Zu Hölle mit der faulen Brut. Der Tag ist gekommen, da ich euch mit meinem Blattenschwert zwingen werde, ihn zu rufen. Den Tod herbeizurufen. Da lebt dies. Das hätte uns treffen können. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ein Gespenst es mit einem Mädchen und zwei kleinen Jungs aufnehmen kann. Warum nur werde ich heimgesucht von diesen, diesen Amerikanern? Ja, um Himmels Willen, was ist denn hier los? Was soll denn das? Alles in Ordnung? Mit uns, ja. Das war nun wirklich das Letzte. Was? Das hätte ins Auge gehen können. Du hättest das Haus in die Luft jagen können. Hör auf! Okay. Du hast gewonnen. Du fliegst zurück nach Indiana und bleibst bei Tante Lydia. Daddy! Bist du jetzt endlich zufrieden? Mom! Ginny! Diesmal muss ich deinem Vater Recht geben. So haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt. Nein, wir wollten ihm nur seine eigene Medizin verpassen. Na, Sir Simon? Da haben Sie ja was angerichtet. Da haben Sie ja was angerichtet. Vielleicht ist er es. Komm, wir müssen mal miteinander reden. Hier war ich oft als kleiner Junge. War mein Lieblingsplatz. Irgendwie kommt mir dieser Ort auch sehr vertraut vor. Was hast du denn? Meine Eltern wollen mich nach Hause schicken. Und wieso? Meine Brüder haben das Gespenst geärgert und das hat verrückt gespielt. Und mein Vater denkt, ich habe das inszeniert. Ich will sie terrorisieren, nur damit wir wieder nach Hause fahren, aber... Aber was? Ich will gar nicht nach Hause. Zuerst wollte ich schon. Da fand ich ja alles blöd und langweilig. Aber jetzt... Jetzt glaube ich, dass ich hierher gehöre. So empfinde ich es auch. Man könnte deine Eltern vielleicht überzeugen, wenn sie das Gespenst selbst sehen würden. Nein. Vergiss es, die beiden werden es nie sehen. Es hat mitten in der Halle gestanden und mein Vater hat es nicht bemerkt. Es heißt ja, man kann Gespenster nur sehen, wenn man sie glaubt. Aber hier in der Gegend ist das für niemanden ein Problem. Wir sind ein Gespenster gewöhnt. Wir sind groß geworden mit ihnen. Also beißt sich die Katze in den Schwanz. Meine Eltern glauben nicht dran, weil sie es nicht gesehen haben. Und weil sie nicht dran glauben, können sie es auch nicht sehen. So ist es, ja. Aber sie könnten es sehen, wenn sie dran glauben würden. Das ist es! Drück mir die Daumen! Virginia! Ich muss dringend mit ihnen sprechen. Nein, ihr habt kein Recht, hier einzudringen. Und sie kein Recht, mein Leben zu ruinieren. Wie? Dieses Klopfen und Stöhnen und Rasseln. Mein Vater schiebt das alles mir in die Schuhe. Und dann klauen sie auch noch meine Ölfarbe für den albernen Blutfleck. Dafür gibt er mir auch die Schuld. Und dieser Aufstand heute Nacht. Die Jungs wären vor Schreck fast gestorben. Das war doch das Letzte. Und jetzt? Jetzt habe ich hier mal einen netten Jungen kennengelernt und er will meinen Vater mich nach Hause schicken. Ja, und warum? Nur ihretwegen. Das habe ich nicht gewusst. Ich muss mit den Ketten rasseln. Ich muss stöhnen und klopfen und durch die Nacht wandeln. Ich habe keine Wahl. Warum nicht? Das geht euch nichts an. Doch, wenn es mein Leben zerstört, Sir Simon. Helfen Sie mir, er muss es endlich glauben. Was? Er glaubt nicht an Gespenster. Wie denn? Ich bin doch aber da. Ignoriert hat er mich. Seit 400 Jahren spuke ich jetzt, aber noch keiner hat mich so behandelt wie euer Vater, als ob ich nicht existierte. Nimmt mich nicht mit einem Blick zur Kenntnis. Er hat sie nicht gesehen deswegen. Francis sagt, wenn man nicht an sie glaubt, dann kann man sie auch nicht sehen. Gabriel, das wird alles erklären. Ich hatte schon befürchtet, meine Kräfte würden mich verlassen. Nein, Sie waren der absolute Hit. War ich gut? Ja. Ich schrei sonst nicht so leicht. Ich meine, in der Geisterbahn oder in Horrorfilmen kein Piep. Aber als Sie reingekommen sind, Sie haben es ja gehört. Ich muss gestehen, dieser Schrei hat mir sehr wohl getan. Wir müssen Vater dazu bringen, dass er sie sieht. Dann glaubt er auch an sie. Ein hohes Ziel. Bekehren, einen Ungläubigen zum Glauben bringen. Einen Zyniker umkrempeln, das würde meine Macht bestätigen. Aber wie? Ich hätte schon eine Idee. Ich stelle sie als einen Geist vor, an den er schon glaubt. Und dann, dann sieht er sie auch bestimmt. So einen Geist gibt es? Ja. Wir haben in London im Theater Hamlet gesehen und wir fanden den Geist von Hamlets Vater toll. Mein Vater war zwar nicht dabei, aber er kennt ja Hamlet. Und da habe ich mir gedacht, Sie wären in der Rolle Spitze. Ihr ahnt nicht, welche weise Worte ihr sprecht. 1599, als William hier war, habe ich ihm meine Gedanken zu dieser Rolle mitgeteilt. Sie kannten Shakespeare? Sehr gut. Und abgesehen von meinem lieben Freund Gabriel, waren seine Worte meine einzigen Gefährten durch die Jahrhunderte hindurch. Ihr wisst ja, dass der Geist von Hamlets Vater dazu verdammt ist, nicht zur Ruhe zu kommen. Nun, was glaubt ihr wohl, woher Will Shakespeare diese Idee hatte? Etwa von Ihnen? In mir. Seht ihr den Genius? Das Original. Ja, man könnte fast sagen, er hätte diese Rolle nur für mich geschrieben. Sehen Sie, ich habe es geahnt. Und ihr müsst den Prinzen Hamlet spielen. Wir spielen die Szene im großen Saal. Gabriel sorgt für die Bühneffekte. Und ihr müsst einen Umhang tragen. Hier, hier. Genau meine Größe. Und ich selbst. Ich werde meine Rüstung anlegen, die ich zuletzt trug vor Königin Elisabeth I. Essen. Also bis morgen dann. Oh, Gabriel. Ich wage es kaum zu hoffen, ob sie endlich diejenige ist. Oder komme ich noch immer nicht zur Ruhe? Sie könnte es vielleicht schaffen. Sie ist ein ganz besonderes Mädchen. Und dann sagt Hamlet, oh mein, was? Prophetisches Gemüt. Oh mein prophetisches Gemüt. Okay, ich denke, jetzt habe ich es. Hoffentlich klappt es. Ja, das hoffen wir beide. Was ist das da drüben? Die alte Kapelle. Eine der größten Sehenswürdigkeiten der Gegend. Willst du mal reingehen? Ja, gern. Das sind die Familiengräber der Canterbury's. Manche schon Jahrhunderte alt. Liegen Sir Simon und Lady Eleanor auch hier? Nein, ich glaube, wo die liegen, weiß keiner so recht. Als ich klein war, da bin ich oft bis oben raufgeklettert. Denn die Glocke ist geborsten, die läutet nicht mehr. Die stumme Glocke. Wie? Nichts weiter. Der Mond geht auf. Das kommt selten vor. Selten? Ja, der zweite Vollmond in einem Monat. Dabei passiert es, dass man sich verliebt. Lass uns reingehen. Das ist ja fabelhaft. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Virginia. Irgendwie glaube ich, dass ich dich schon mein Leben lang kenne. Ja, mir geht's genauso. Aber ich hab... Ich hab Angst. Wovor denn? Weil daraus nichts werden kann. Ich muss doch nach Hause zurück. Es gibt nichts, was uns trennen könnte, wenn wir füreinander bestimmt sind. Du bist dir da sicher? Ja, absolut. Glaub ich jedenfalls. Ich meine, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Wann ist man sich sicher? Ja, ja. Und wenn man sich irrt? Wir brauchen doch wenigstens eine Chance. Oder wie denkst du darüber? Ich weiß es nicht. Ich... ...weiß es wirklich nicht. Ich verstehe. Tut mir leid. Entschuldige. Warum trübt ihr eure Liebe mit so viel Salzwasser? Ach, so seine Liebe. Ich hab sowas noch nie empfunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Fürchtet ihr euch vor der Glut, die euer Herz entflammt hat bei diesem Kuss? Es war ein solcher Aufruhr. Liebe ist es, die man nicht verneinen soll. Sie kann euch ungeahnte Freuden bringen. Aber wenn... Wenn wir schwach sind, grün vor Eifersucht oder wenn wir uns aus Angst verschließen, kann sie schlimmen Schaden in unserem Herzen und unserer Seele anrichten. Ich weiß, wovon ich spreche. Doch wer niemals geliebt hat... Oder ärgern noch, wer geliebt hat und dann die Liebe gehen ließ. Dieser Mensch hat nie gelebt. Und Liebe mag auch kommen, was will. Alle Tränen werden tausendfach aufgewogen, wenn sein Anblick euch mit süßer Verzückung erfüllt. Geht ihm nach, folgt eurem Herzen und lasst die Liebe euch leiden. Danke, Sir Simon, danke. Tausend Dank. Lass... Lass... Lass meine wohlgemeinden Worte... Probenrequisiten auch. Seid ihr toll soweit? Gut. Kommt, Leute, die Vorstellung beginnt. Und hier, deine Stolperstelle. Prophetisches Gemüt. Prophetisches Gemüt. Ist ja cool. Ta-ta-ta-ta. Litt schon. Darf ich bitten, Ladies and Gentlemen? Mr. und Mrs. Omni, vielleicht dort, wenn's recht ist. Freue Gnaden. Das Spiel findet dort oben statt. Auf der Galerie. Hört mal zu, Jungs. Er ist natürlich ein bisschen nervös. Also bitte keine Zwischenrufe oder albernen Witze und so. Versprochen. So was tun wir nicht. Okay. Also, zum Inhalt. Hamlets Vater ist gestorben, bevor die Handlung losgeht. Und sein Onkel Claudius heiratete seine Mutter. Jetzt trifft Hamlet den Geist seines Vaters und der erzählt ihm, dass der Onkel ihn ermordet hat. Ich bin Hamlet. Und unser Überraschungsgast spielt den Geist. Du, wenn wir zu Hause in der Schule erzählen, dass hier ein echter Geist einen Geist gespielt hat. Total abgefahren. Eben, wer hat denn schon mal jemanden gesehen, in der ein Stück von Shakespeare spielt und ihn obendrein noch selbst gekannt hat? Hm? Hi, Lindsay. Sieh dir das an. Wo führst du hin, mich? Red, ich gehe nicht weiter. Hör an! Ich will's! Schon naht sich meine Stunde. Ach, wann ich den schweftlichten, qualvollen Flammen mich übergeben muss. Ach, armer Geist! Beklag mich nicht, doch leid dein Ernst gehör dem, was ich kundwill tun. Sprich, mir ist Pflicht zu hören. Ich bin deines Vaters Geist, verdammt auf eine Zeit lang nachts zu wandern und tagsgewandt zu fasten in der Blut, bis die Verbrechen meiner Zeitlichkeit hinweggeleutert sinkt. Doch diese ewige Offenbarung fasst kein Ohr von Fleisch und Blut. Ui, doppel. Horch, 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 oh, Horch. Wenn du jemals deinen teuren Vater liebtest, rächst deinen schnöden, unerhörten Mord. Mord? Ja, schnöder Mord, wie er aufs Beste ist. Doch dieser unerhört und unnatürlich. Eiert ihn zu melden. Doch wisse, edler Jüngling, die falsche Schlange, die deines Vaters Leben nahm, trägt seine Krone jetzt. Oh, mein prophetisches Gemüt, mein Ohrheil. Oh ja, der blutschänderische Ehebrecher. Durch Witzes Zauber, durch Verrätergaben, gewann den Willen der scheinbar tugendsamen Königin. O Hamlet, welch ein Abfall von mir des Lied. Was ist? Des Lied so voller Echtheit war, dass Hand in Hand sie mit dem Schwure ging, den ich bei der Vermählung tat. Was ist, was Simon das ist? Es tut mir leid, ich kann nicht. Vergibt mir. Vergib. Vergib. Großartig, euer Gnabend. Wirklich. Wahnsinn! Total stark! Würden Sie bitte Miss Virginia in unserem Namen katholieren, es war eine sensationelle Vorstellung. Es hat mir einen richtigen Schauer über den Rücken gejagt. Ja, das mache ich gern, vielen Dank. Wenn Sie uns jetzt bitte entschuldigen, euer Gnaden. Da kommt sie. Du warst klasse, Ginny. Super. Wunderbar, wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist der schon gut, Dad? Nein, ehrlich, keine Ahnung, wie ihr das hingekriegt habt, aber die Täuschung war perfekt. Hiram, du hast dich doch jetzt gesehen. Ich komme schon noch irgendwann dahinter, war jedenfalls ein toller Effekt. Effekt? Natürlich, ich frage mich nur, warum dieser Riesenaufwand für so einen kleinen Scherz... Na ja. Schlafenszeit ist spät geworden. Ähm, gute Nacht, Francis. Bis morgen. Was soll man dazu sagen? Er will es einfach nicht glauben. Er weigert sich. Ja. Aber Sir Simon macht mir mehr Sorgen. Sehen wir uns morgen? Ja. Gute Nacht. Es tut mir leid, ich kann nicht. Vergib mir. Vergib mir. Vergib mir. Ich weiß nicht, warum du es ihr so schwer machst. Ach, Lucy. Ich weiß genau, es gibt eine logische Erklärung. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Also, Hiram, die Erklärung liegt doch auf der Hand. In diesem Hause spukt es. Glaubst du das wirklich? Allerdings. Sir Simon ist ein Gespenst. Und was Genie angeht, hast du dich wieder mal unmöglich benommen. Das war doch schon zu Hause so. Ihr beide kommt in letzter Zeit überhaupt nicht mehr klar. Ganz im Gegensatz zu früher. Ja, ich habe Probleme mit ihr. Du hast ja recht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Früher hat sie mit mir geredet, ist mit allem zu mir gekommen. Und jetzt, jetzt wird sie erwachsen. Ich habe auch nicht die blasseste Ahnung, was sie, was sie fühlt oder denkt. Schatz, das weiß sie meistens selber nicht. Sie wird jetzt eine Frau. Das ist schwierig. Scheint mir auch so. Aber trotzdem steht eine Sache felsenfest. Es gibt keine Gespenster. Ach, wenn du das sagst. Wo willst du hin? Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt mal um unsere Tochter kümmern. Geanie. Lass sie schlafen. Morgen früh rede ich mal mit ihr. In aller Ruhe. Na schön. Sir Simon? Simon? So, Simon, was ist? Warum konnten Sie nicht weiterspielen? Ich habe den Text so oft gelesen, aber erst heute habe ich seine wahre Bedeutung erfasst. Ach, Virginia. Wenn ich dir die ganze Wahrheit erzählen würde, würdest du mich genauso hassen, wie ich mich selbst hasse. Ich könnte sie niemals hassen. Sie... Sie können mir alles erzählen. Willst du wissen, warum ich als Gespenst weiterleben muss? Sie haben Ihre Frau umgebracht. Das steht in der Familienchronik. Das glaube ich aber nicht. Es ist wahr. Nein. Wir waren viele Jahre glücklich. Mein Leben war erfüllt. Dann schlief sich dieses grüne Monster in mein Leben ein, vergiftete mein Geist und meine Seele und fraß am Ende meine Liebe auf. Da war ein Mann. Ich glaubte, er wäre mein Freund. Ein Freund. Ich glaubte ihm. Als er mir erzählte, dass genau wie Hamlets Mutter meine Frau mir untreu geworden wäre. Ich war von rasender Eifersucht erfasst. Ich schloss sie im Haus ein. Ich habe ihr keinerlei Besuche gestattet und sie mit meinem Misstrauen gequält. Ihre Unschuldsbeteuerungen steigerten nur noch meine Wut. Ich habe... Ich habe sie zur Verzweiflung getrieben. Ja, noch schlimmer. In den Wahnsinn habe ich sie getrieben. Und... Und in einer schrecklichen Nacht. Es war am Kamin dort, hat sie meinen... meinen Dolch ergriffen und sich umgebracht. Sie ist in meinen Armen gestorben. Meine Tränen mischten sich mit ihrem Blut. Dort an der Stelle, wo der Fleck ist. Außer seinen... Ich habe sie bestattet. Heimlich. An einem Ort, den sie besonders liebte. Ich habe... Ich habe... dort... einen Engel aufgestellt, der sie bewachen soll. Der Garten. Ich bin dort gewesen, mit Francis. Und nicht lange danach... erfuhr ich, dass sie unschuldig war. Mein Freund hatte mich belogen. Er wollte sie für sich selbst. Sie liebte mich. Und war mir treu. Seitdem... fehlt sie mir jeden Tag, fehlt sie mir jede Stunde und jeden Augenblick. Verstehst du mich jetzt? Deshalb kann ich nicht mit ansehen, wie du deine Liebe verlierst. Und wie ist es weitergegangen? Ich... ich habe dann ihre Familie hierher gerufen. Ich... ich habe ihnen meine Schuld bekannt und habe mich in ihre Hand begeben. Bedingungslos. Ihre Brüder haben mich hierher gebracht in dieses Verlies und mich an die Wand gekettet. Es war ein langer, elender, qualvoller Tod. Grauenhaft. Ich würde noch tausend Tote sterben, wenn ich ihren Tod ungeschehen machen könnte. Aber da ist noch was. Sie... Sie brachten eine Hexe her. Die hat einen Fluch über mich verhängt. Genau... genau wie Hamlets Vater, bin ich verdammt keine Ruhe zu finden. Bei Tag und nicht bei Nacht. Nur nachzugrübeln über meine Sünden. Aber... Am meisten schmerzt mich ihr Verlust. Wann schlafen sie denn mal? Es ist mir versagt, die Augen zu schließen. Am Tag bin ich hier und bei Nacht wandere ich herum. Das ist mein Schicksal. Ich habe seit fast 400 Jahren nicht mehr geschlafen. Und glaubt mir... Ich bin sehr müde, bin unendlich müde. Ich bin sehr müde. Mein armer Sir Simon. Und es gibt keinen Ort, wo Sie Ruhe finden können. Oh doch, im Park draußen. Der Todesengel könnte mich hinbringen. Ich könnte in der weichen, braunen Erde ruhen. Und der Stille lauschen. Dem Leben vergeben. In Frieden leben meine Eleanor. Das wäre möglich? Ja, wenn du mir dabei hilfst. Und wie? Es gibt eine Prophezeiung. Ich habe sie gelesen. Aber ich habe sie nicht verstanden. Ich erkläre es dir. Komm mit. Hier steht es. Lies vor. Wenn es einer Holdenmaid gelingt, dass sie Sünderlippen zum Beten bringt. Wenn ein Kinderauge keine Tränen mehr vergießt. Bin ich diese Holdenmaid? Oh ja, das bist du. Und noch so jung, fast wie ein Kind. Was muss ich tun? Du hast um meine Sünden geweint. Denn ich habe keine Tränen mehr. Jetzt. Jetzt musst du für mich beten. Denn ich habe keinen Glauben mehr an die Liebe. Und dann. Wenn du. Wenn du mit mir gehst in das Reich der Dunkelheit. Und wenn du neben mir stehst vor dem Todesengel. Und für mich bittest. Dann hätte der Engel Gnade mit mir. Dann wird es im ganzen Hause still. Und Friede kehrt ein auf Kentaver. Auch für sie. Oh ja. Wie ist es dort im Reich der Dunkelheit? Beim Gedanken daran erzittre ich. Es ist feucht und kalt. Und feuchterregende Wesen lauern in allen Ecken. Stürme blasen um dich her. Mit wilder, entfesselter Wucht. Böse Stimmen flüstern dir ins Ohr. Aber wenn du fest im Glauben bleibst und dir keine Furcht anmerken lässt, dann bist du gegen alles gefeit. Denn gegen die Kraft des Glaubens sind die Mächte der Finsternis machtlos. Ich habe keine Angst. Ich komme mit und sage dem Engel, dass sie ein liebes, gutes und freundliches Gespenst sind. Dem ich verdanke, dass ich jetzt meinem Herzen folge. Und ich, Milady, ich gelobe bei meiner ritterlichen Ehre, dass mir euer Glück und Wohl für immer am Herzen liegen. Hier auf der Stelle würde ich meine Seele dafür geben. Hier ist Virginia Otis. Ich bitte für dieses arme alte Gespenst. Sir Simon de Canterville. Was er getan hat, tut ihm sehr leid. Er kann nichts ungeschehen machen. Aber er hat gebüßt, er hat hundert- und tausendfach gebüßt dafür. Du musst ihm vergeben, damit er endlich Frieden findet. Bitte. Du bist erhört worden. Ich bin bereit. Denk an meine Worte. Sei keine Furcht und sei fest im Glauben. Zwei liebe Menschen zu verlieren, könnte ich nicht ertragen. Ich bring das schon. Wenn wir kommen, könnten wir kommen, können wir bedenken. Genau. Das Tor ist offen. Jetzt ist es soweit. Das war's. Das war's. Das war's. Das Braustück? Ich, ich geh mit, ich geh mit. Und ich suche hier unten mit Mrs. Omni. Ich geh nach oben. Ich komm mit. Wir treffen uns in der Bibliothek wieder. Na los, los, machen Sie schon. Ach, euer Gnaden-Denken. Ginny ist verschwunden. Bitte helfen Sie uns suchen, euer Gnaden. Nichts? Nein. Vielleicht in der Kapelle vielleicht. Komm mit. Wir brauchen Hilfe. Sucht sie. Nimmt dort, im Wald, überall. Geht nach unten, über die Felder. Und sie hat unten die Tochter. Und sie hat unten die Tochter. Und sie hat unter dirbnb. Halt dabei. Hiram! Hiram! Hier das Geld, das sie getragen hat. Die Flecke ist ja beschrieben. Oh Gott, sie ist bei ihm. Hiram, er hat sie geholt. Oh Gott, sie ist... Wie konnte ich bloß so blind sein? Wenn ihr jetzt was passiert, wenn ihr jetzt irgendwas zustößt, das würde ich mir nie im Leben verzeihen. Sie haben ja nichts angerührt. Wir haben keinen Hunger, Mrs. Omni. Ja, ja, kann ich verstehen. Geht uns genauso. Wir sind einfach zu erschöpft. Bitte heben Sie es für morgen auf. Hoffentlich können Sie schlafen. Gute Nacht. Sie dürfen nicht den Mut verlieren. Wir können ja heute sowieso nichts weiter tun. Gehen wir schlafen. Vielleicht sieht's morgen anders aus. Was ist das? Über an der Bibliothek. Los, schnell! Gehen wir schlafen. Ja. 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 Ginny? Ginny? Ich will mich hier nicht wiederholen! Ich hol dich! Ginny! Virginia! Wo bist du? Ginny! Komm hier lang! Ich kann nicht mit mir, Johnny! Ginny, du hörst mich doch! Ich geh nicht nach meiner Stimme nach! Virginia, wo bist du? Ich kann nicht mit mir! Hier, hier bin ich! Ich geh meiner Stimme nach! Ich rutsche ab! Halt dich fest! Halt dich! Schnell! Halt dich! Halt dich! Du hörst, Mumi! Halt dich! Sag ich sie zu! Virginia! Die Hände in meiner Hand! Halt dich so! Sag ich sie zu! Ristalt! Ich hab dich! Ginny! Ginny! Ich dachte, ich hätte dich verloren! Oh Gott sei Dank! Es ist vorbei! Oh Mann! Daddy! Sie! Eine Geheimtür! Komm mit! Wir müssen zu Sir Simon! Ich dachte, sie wäre offen! Wir müssen da rein, Daddy! Hier! Halt das bitte mal! Hier! Hier sind deine sterblichen Überreste! Oh, Mr. Simon! Wir sorgen jetzt für ihn, Gabriel! Ja! Hört ihr? Die Glocke der Kapelle! Da! Der dürre Mandelbaum neu sprießt, wenn die stumme Glocke hell ertönt. So, wie es in der Prophezeiung steht. Ihr müsst verziehen! Ihr müsst verziehen! Was? Nein, es reicht! Die Steine! Die Steine! Die Steine! Und die Steine! Die Steine! Die Steine! Das bliebliche Scharah! Ich muss meine Schüttliche Böse sein! Sie müssen das bäst, wenn man hier nicht besser weiß. In der weichen, braunen Erde ruhen, der Stille lauschen, dem Leben vergeben und Frieden finden, neben meiner Eleanor. Tja, Lord Canterville, jetzt da Sir Simon endlich bestattet ist, werden Sie wohl zurückkommen wollen nach Canterville Hall. Nun ja, wenn Sie und Ihre Familie zurückgehen nach Amerika, dann vielleicht, obwohl wir haben uns inzwischen an das Leben in London gewöhnt. Das hat seine Vorteile. Warum, fragen Sie, hat das einen besonderen Grund? Nach Absprache mit der Universität wird mein Forschungsprojekt hier noch länger dauern. Ja, wirklich? Und es gibt hier auch sehr gute Schulen. Na klar! Meine Frau hat sich geradezu verliebt in England. Wären Sie also bereit, unseren Vertrag zu verlängern? Unbefristet? Ja, und ähm... Es wäre wundervoll, wenn die Omnis auch weiter für uns sorgen könnten. Klasse, wir versprechen auch, dass wir uns anständig benehmen. Was? Aber klar! Ich wüsste nicht, was Mrs. Omni mehr Freude bereiten würde. Sie sind natürlich beide ganz entzückt. Wie denken Sie darüber? Ach, bitte. Ich kann mir überhaupt nichts Besseres vorstellen, als dass Sie und Ihre Familie auch weiterhin hier wohnen, solange Sie möchten. Cheers! Und noch etwas. Ach, ist das schön! Mein liebes Kind, Sie haben meinem unglücklichen Vorfahren einen Dienst erwiesen, der gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Meine Familie und ich bewundern Ihren Mut und wir stehen tief in Ihrer Schuld. In diesem Kästchen ist ein Ring. Einstmals gehörte er Lady Eleanor. Im Namen von uns allen, der ganzen Canterville-Familie, darf ich Ihnen hiermit unseren tiefsten Dank aussprechen. Sie sind eine außergewöhnliche junge Frau. Mein Gott, der ganze Garten blüht ja wieder. märchenhaft. Ich hoffe, dass Ihr beide jetzt wieder vereint seid. So wie Sir Simon uns beide zusammengebracht hat. Und Lady Eleanor, Sir Simon hat mir gezeigt, was Leben ist und was der Tod ist und dass die Liebe stärker ist als beides. Bitte, vergib' ihm. Lebe wohl. Lebe wohl. Vergiss mich. Ein liebes Mädchen. Ach, Sein, lies mir also mit. Aber gern, Liebste, mit der größten Freude. O, nie sollst du mich falsch von Herzen reißen. Schien schwach auch, da ich fern war, meine Glut. So leicht könnte ich vom eigenen Selbst mich reißen, als von der Seele, die in deiner ruht. Dort ist der Liebe heil.